Nur 1% kann diese Disney-Filme innerhalb von 10 Sekunden erraten. Emojis sind lustige kleine Bildchen, die Menschen helfen, ihre Emotionen in elektronischen Nachrichten auszudrücken. Das können alltägliche Gegenstände, Gesichtsausdrücke, Tiere, Nahrungsmittel oder sogar Witterung sein. Emojis machen die Kommunikation aufregender und lebendiger. Wusstest du jedoch, dass sie auch dein Gehirn härter arbeiten lassen? Emojis werden heutzutage nämlich oft zur Kreation von tollen Rätseln verwendet. In diesem Video musst du herausfinden, welcher Disney-Film mithilfe der Emojis entschlüsselt werden muss. Du findest auf der Sonnenseite des Lebens noch mehr Rätsel und Denkaufgaben. Alles was du tun musst, ist unseren Kanal zu abonnieren. Ach ja, vergiss auch nicht die kleine Benachrichtigungsglocke zu läuten. Andererseits riskierst du etwas Tolles zu verpassen. Du hast für die Lösung jedes Emoji-Rätsels 10 Sekunden Zeit. Falls du jedoch mehr Zeit benötigen solltest, dann zögere nicht, das Video anzuhalten. Mit jeder korrekten Antwort bekommst du einen Punkt. Am Ende des Videos wirst du erfahren, ob du als echter Disney-Fan bezeichnet werden kannst und wie gut du die Emoji-Sprache sprichst. Es ist vielleicht eine gute Idee, die Punkte zu notieren, während du die Rätsel löst. Bis zum nächsten Mal. 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 drückt. Schick auf den like. Bis zum nächsten Mal.